So, hier kommt nun der dritte Teil. Aktien stehen auf dem Thumbbell drauf, was es ist, oder unten in den Time-Stops, oder wie das heißt. Das ist AMC, meine Güte, ihr kennt Aktien. Das ist jetzt der Monatschart, die waren also im Januar 2021 bei 2. Und dann gehen die hoch bis 73,60. Also, das ist schon heftig, um dann zu fallen auf 13. So, hier sieht man schon mal, bei 13 ist so ein kleiner Doppelboden. Das ist eine ganz gute Unterstützung. Der Wetter kommt auch von hier hinten. Dann, klar, das hier ist natürlich ein fetter Widerstand, 73, aber da können wir, glaube ich, erstmal gar nicht dran denken. Die sind momentan bei rund 18. AMC bringt am 9.5. die Quartal-1-Zahlen. Also, heftiger Zockerwert. Das sieht man auf der Woche noch ein bisschen schöner. Also, das ist hier diese Januar-Geschichte. Ich habe so Bänder, habe ich noch nie gesehen. Also, wirklich noch nie. Das ist echt der Staunen, ich muss schon sagen. Da fahre ich dann hier hoch und dann wieder runter und meine Güte. Also, okay. Wir haben, das können wir vergessen, den Bereich hier um 2. Hier ist wieder dieser Doppelboden um die 13. Ja, das scheint mir schon recht wichtig zu sein. Da sind sie auch das letzte Mal, sind sie von ausgebrochen hoch bis zu 73. Von der Wochentechnik her. Neutral über das MACD, aber noch leicht positiv und ziemlich neutral ohne echte Aussage über die Stochastik. 200-Wochen-Linie, ist hier bei 15,26. Und die haben jetzt hier einen ganz fiesen Shootingstar gemacht. Der ging also hoch bis, wo ist denn das? 34,60. Wann war denn das? Das war am 28.03. Das ist ja keine zwei Wochen her. Meine Güte. Also, das wäre so eine Aktie, da könnte ich nicht ruhig mit schlafen. Da kann man echt nur mit Kleingeld rumspielen. Das ist jetzt der Tageschart und hier sieht man nochmal die letzte Bewegung hoch von 13 bis innerhalb von, was ist denn das? Na, 10 Tagen auf 34 und dann weitere 10 Tage auf 17 runter. Hier ist die 13 nochmal sehr schön dargestellt. Also, die sollte doch schon ziemlich halten. Und da sind wir natürlich auch recht nah dran mit so einem Kurs von 18. Wir haben hierüber eine beginnende Unterstützung und hier im MACD auch. Also, ich glaube fast nicht, dass sie die Tatien sehen. Von hier aus gebe ich denen eher die Chance, dass sie nochmal hier so in dem Bereich 25. Bei dem Wert muss man sagen, vielleicht gleich in die 30 gehen, 32, so wie der hin und her springt. Also, das ist ein reiner Zockerwert. Da würde ich ja nicht mehr sagen, 1% vom Depot. Das muss eine Position sein, die einem nicht wehtut, wenn es schief geht. Aber die 13 halte ich also rein vom Chart her, ohne dass ich jetzt näher in die Firma eingehe. 13 sehr wichtig, kurzfristig die 34 sehr wichtig. Und ich denke, dass dieser Bereich auch kurzfristig mal hält. Dann hätten wir als nächsten Wert die Amgen. Amgen macht am 26.04. zeigen die die Quartal 1 zahlen. Mal ganz kurz auf den Monat. Sieht noch recht gut aus, muss ich sagen. Das ist ein schönes Plateau, was sie hier gebildet haben. Um die 200 mit einem Widerstand bei 276 und sie handeln bei 253. Das ist alles noch in Ordnung hier. Schön noch positiv, sowohl über die traditionelle als auch moderne Sichtweise. Und MACD auf Monatssicht gefallen die mir recht gut. Jetzt überspringen wir gleich mal die Woche. So, und ja, von hier aus auch. Das ist ein ziemlich deutliches Signal hier. Also nicht deutliches Signal. Das ist ein ziemlich deutlicher Widerstand mit dieser doch recht fiesen Kerze. Ich weiß nicht, was da am 28.01.21 war. Da war noch nicht Corona. Das fängt erst später an. Aber das scheint für mich schon ein sehr wichtiger Bereich hier zu sein. So die 260 rum. Sind sie nicht weit von entfernt. Und drehen sogar auf sehr hohem Niveau, wo sie ein Verkaufssignal gaben, schon wieder hoch. Also ein bisschen näher ran. Jetzt haben wir im Moment per Donnerstag diesen kleinen Shooting Star. Kann sein, dass sie noch mal ein bisschen nachgeben. Aber sowohl die 20-Tage-Linie, hier bei 243, was auch mal so ein kleines Zwischenhoch war, sollte schon ein ganz guter Support sein. Also den gebe ich bei Überschreiten von der 260 durchaus noch mal Luft bis was durch 280, 290. Das finde ich, sieht durchaus interessant aus. ASML Holding. Die bringen am 20.04., das ist ja bald, bringen die die ersten Quartalszahlen. Da hatte ich auch, Moment, ich gehe mal wieder ein bisschen näher rein, holen wir mal den Monat. Die haben eine schöne Bewegung, jedes Recht zu atmen. Liegen auf der 200-Monats-Linie und haben hier bei 512 einen ganz guten Support. Weiterhin noch negativ über traditionelle und moderne Sichtweise und auch über die, ist doch hastig, die hole ich mal ein bisschen hoch. Also die Zeit spielt für den Wert. Wenn der jetzt hier weiter bleibt und die 517 nicht unterbietet, kann der hier so seitwärts weglaufen, um diese ganze Bewegung hier technisch zu absorbieren. So möchte ich es mal sagen, über Monatssicht. Kommen wir ganz kurz auf die Woche. Woche auch im Moment nicht besonders. Und das scheint mir doch wirklich wichtiger und wichtiger zu werden. Weil diese 513 hier, die kommt auch von hier hinten. Dieser ganze Bereich bis runter zur 500 ist eine durchaus wichtige Unterstützung. Da liegt auch das untere Wochenband. Ja, also wäre für mich jetzt momentan kein Kauf. Auf das hier ist die 645 als Widerstand. Erst wenn sie da wieder drüber gehen, aber ich befürchte, es wird noch ein bisschen dauern, dann sind sie wieder freier. Fettes Doppeltop hier oben im Bereich 765. Also die sollten sich jetzt nochmal ein bisschen hier unten rum wuseln, um das hier alles komplett abzubauen. Was haben wir hier im Tag? Ja, der müsste tief sein, genau. Es ist ja schön, dass er tief ist und sich hier auch ein bisschen stabilisiert. Eine maximale Aufwärtsbewegung bis 597, aber grundsätzlich ist das hier ein sich etablierter Downtrend. Und wie gesagt, der muss zusehen, dass er die 512 nicht unterbietet. Also bei 500 bis 512, glaube ich, kann man mal long ein bisschen probieren, aber mit sehr engem Stop. Aber ich glaube, dass sie erstmal hier nochmal diesen Bereich hier austesten, so um die 600, um dann nochmal zu fallen. Endwarnung endgültig erst hier über 642. Dann hätten wir als nächstes Bank of America. Das ist der Monatschart. Die bilden jetzt hier oben so einen Top im Bereich von, das ist der Dollar-Monatschart, im Bereich so um die 50 bilden die Top. Die sind aber auch schon echt ordentlich gelaufen seit Beginn der Corona-Krise, seit dem Tief der Corona-Krise. Da waren sie ja 17. Die haben einen ordentlichen Weg, die dürfen also locker mal korrigieren. Sind jetzt schon in der 20-Monats-Linie, weiterhin negativ über traditionelle und moderne Sichtweise, genauso wie im Oszillator. Sollte noch ein bisschen fallen, ich habe hier als Erstunterstützung, habe ich hier dieses letzte Zwischenhoch bei 35. Das sind, ähm, das ist nicht viel. Das sind jetzt nur 2 Dollar. Aber mal gucken, ob wir da vielleicht noch was anderes ausmachen über die Woche. Ja, das ist natürlich nicht schön. Wir unterbieten das letzte Zwischentief hier in der Woche und schließen fast auf Wochentief. Dieser Bereich hier, das ist die eben besprochene so 36,5. Das ist schon eine Unterstützung. Ich befürchte, wenn ich das hier noch so sehe, weil es ist immer noch weich hier oder nicht vertrauenserweckend, auch über den Oszillator, dass Sie auf Wochensicht, sprich auf 2, 3, 4 Wochen, den Bereich hier um die 32,5 sehen. Das ist also die 200-Wochen-Linie. Die steigt zwar leicht an, die kommt aber auch und wird bestätigt hier hinten vom Chart, da von diesen Punkten hier. Das waren so kleine Zwischenhochsen, also dann da durch sind, dann gingen sie relativ flott nochmal drüber. Mal gucken, was der Tag bringt. Ja, hier ist auch nochmal deutlicher zu sehen, dass wir also nicht nur auf Wochensicht, sondern auch auf Tagessicht am letzten Donnerstag in der Nähe des Tagestiefs geschlossen haben. Unterbieten dieses Low, das ist nicht besonders schön. Aber da kommt gleich halt diese bekannte, eben schon bereits genannte Unterstützung bei 36,5 hinzu. Ja, wenn die nicht hält, dann habe ich erstmal hier 34,20 und den Bereich um 30. Die gelten schon als tief, also da muss man jetzt einfach abwarten, bis sich das hier wirklich mal nochmal ein bisschen gesetzt hat und bis der Freund hier unten nach oben dreht. Im Moment ist es noch zu früh da rein zu kaufen, ich muss davon ausgehen, dass sie nochmal ein paar Dollar verlieren. Aber viel sollte es nicht sein. Insgesamt bleibe ich ja nach wie vor recht positiv für die Banken, also für dieses Jahr. Und da hätten wir als nächstes gleich mal die BNP, die war auf Monatssicht nicht so besonders, gucken wir mal auf Wochensicht rein. Gelten schon als tief, haben halt hier in der Ukraine-Krise viel verloren. Da hat natürlich jeder gedacht, okay, welche Bank ist wo wie drin und die BNP ist relativ viel in Russland gewesen. Also per Kreditengagement und so Geschichten, ja, aber haben hier auch schon einiges wieder zurückgeholt. Jetzt möchte ich das doch gerne mal wissen hier. Wenn ich auf der Wochensicht mal die Fibos anlege, wo liegen wir denn da? Ja, die haben nur eine 50% Korrektur gemacht. Von diesem Hoch bei rund 68 bis zu 43 nur eine 50% Korrektur. Das ist zwar nice, ja, ich kenne viele Werte, die liegen noch hier unten, die haben irgendwo liegen wo bei 26 oder so, aber mehr ist es nicht. Aber so richtig bringen tut es auch noch nicht. Auf Wochensicht fangen die an, sich ganz leicht zu stabilisieren hier. Das gefällt mir ganz gut. Hier unten auch, aber noch ohne frisches Signal. Aber auf Wochensicht, jetzt haben sie hier die 200-Wochen-Linie, haben sie auch mal rausgenommen, hatten sie hier mal mit Kontakt, dann waren sie da mal kurz drunter. Aber das scheint schon mal eine ganz gute Unterstützung zu sein, weil dieses untere Band kommt auch mit den Zwischenhofs vom November 2020. Also schon ganz, ganz guter Support. Auf Tagessicht, und nochmal, ich bin insgesamt positiv für die Banken, haben die eine sehr schöne Möglichkeit, dass man, das ist kein Doppelboden hier, aber wenn sie nochmal fallen sollten, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so glaube, dann wäre das ihr, der ganze Bereich ist eine Unterstützung, um die 45. Hier haben wir die 50-Prozent-Korrektur, dann etabliert sich so ein mittelfristiger Downtrend und dann haben wir jetzt aber schon ein positives Stochastik und das MACD dreht auch hoch. Also ich denke nicht, dass die noch viel runtergehen werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie die Bereiche um 45 nochmal sehen, um dann festzustellen, dass Sie hier einen Doppelboden machen. Die Wahrscheinlichkeit erachte ich als sehr groß. Wirklich positiv oder freier werden Sie erst ab dem Bereich 56. Ja, da musst du gar ein bisschen drüber gehen, weil das ist die 200-Tage-Linie. Sagen wir mal 58, dann werden Sie wirklich freier. Dann hätte ich weniger Probleme damit. Das ist die Commerzbank, Monatschart. Kam ja in der letzten Woche unter Druck, falls Herberus da, also ich weiß es nicht, waren es 60 oder 70 Millionen Aktien verkaufen wollte. Also ich muss sagen, dafür ist die Bewegung, das war diese Woche hier, finde ich eher moderat. Wie gesagt, das ist der Monatschart. Ich habe mir jetzt einfach mal erlaubt, jetzt mal die FIBUS anzuziehen. Auch von dem Tief bei 273 hoch bis zu 961. Da haben wir ziemlich genau das 61er Retracement gemacht bei 536 hier von dieser Bewegung. Also das ist alles noch in Leinen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, auch in diesem Clip. Ich bin insgesamt recht positiv für alles, was Banken heißt. Banken, Versicherung, Finanzdienst, Leistung und sowas. Ich denke schon, dass die grundsätzlich ein gutes Jahr vor sich haben werden. Aber das sind natürlich zwei sehr böse Monatskerzen. Ein fetter Shootingstar. Das heißt, für einen Fonds, für einen Endanleger wird das Ding jetzt interessant bei 9,61. Da sind wir jetzt auch schon mal wieder 3 Euro von weg. Und dann kommt diese Kerze hier als Gegenkerze. Das ist kein Hammer, weil dafür müsste die Lunte tiefer sein als hier. Aber sie baut nicht nur die ganze Technik ab von dieser Bewegung hier. Die ist auch weiterhin noch im Fallen begriffen, die Technik. Aber die baut sich durch so eine kleine Bewegung, baut die alles hier komplett ab. Finde ich gut. Gefällt mir. Dann haben wir mal die Worre. Komm, ja. Ja, Worre. Da kann man nicht so viel zu sagen. Jetzt hier so ein relativ neutral. Hier ist so ein Aufwärtstrend, den sie hatten. Wir haben hier die Soft Landing Area, die so im Bereich von 4,90, also von 4,87 bis 5 ist die Soft Landing Area. Hier gehen sie ein bisschen runter. Sehen auf den ersten Blick nicht so schön aus. Kriegen sie auch noch mal ein höheres Histogramm. Drehen noch mal auf das Dorastik. Also auf Wochensicht muss ich davon ausgehen, dass sie noch mal auf diese eingezogene, parallele Linie gehen. Und die ist bei 5, jetzt kann ich selbst hier nicht lesen. Warte mal, wo ist die hier? Bei 6. Das wären noch mal so 50 Cent. Ah, das sind fast 10 Prozent. Gucken wir mal auf den Tag. Ja. Noch kein Stabilisierungsansatz über den Oszillator. Genauso wenig über das MACD. Ja, ich halte die Wahrscheinlichkeit für groß, dass sie den Bereich um 6 noch mal sehen. Aber ich denke auch alles, hier haben wir noch ein Gap, das ist das vom 8.3. Das hatten wir, glaube ich, im Film 1 auch schon mal bei dem einen oder anderen Wert. Das ist bei 5,86. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das schließen. Ja. Das möchte ich schon glauben. Also man muss sich da, glaube ich, nicht beeilen, jetzt hier ein Bild reinzukaufen. Aber auf Sicht von Wochen und Monaten sehe ich die eher hier oben, also auch durchaus zweistellig, als hier unten. Ein bisschen warten oder nur ganz langsam anfangen, aber das ist für mich grundsätzlich, genauso wie Deutsche Bank, eher ein Kauf. Ja, das ist eher ein Kauf, aber man muss sich nicht beeilen, das kann man recht ruhig machen. Und wer es ganz ruhig haben will, der nimmt sich halt dann zum Beispiel K.O.-Scheine mit der Basis 5, ja, oder von mir aus 4,5. Der muss ja nicht gleich die Aktie kaufen, sondern limitierte, einjahresgültige K.O.-Scheine, weil die dann nicht die Basis verändern, bei dem Preis vergleichen. Limitierte, einjahresgültige K.O.-Scheine mit der tiefen Basis, die haben da einen Hebel von, was weiß ich, 3, ungefähr, je nachdem, wo man sie kauft, 3 bis 4, da ist der Hebel, das reicht, da muss ich nicht die Aktie kaufen. Das nehmen wir so als Beispiel. Aber grundsätzlich noch ein bisschen runter, ja, aber eher hier oben anzusiedeln, als hier unten.